Hallo Freunde von SeaPuket. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich zeige euch heute mal ein Ressort von einem Freund von euch. Er ist der Architekt und Designer dieses Ressorts, aber er ist nicht der Betreiber. Das macht jemand anders. Und das ist jetzt gerade brandneu. Noch gibt es Plätze und ich würde euch das gerne zeigen und vielleicht macht er sogar einen Special Prize. Ich will ihn mal fragen, aber erst mal zeige ich euch von außen, wie es aussieht und dann gehen wir mal rein. Ich denke mal, er wartet schon auf uns. Der Hidden Lagoon Phuket. Guck mal, das ist die Straße, wo es dran liegt. Total ruhig. Ja, da ist ein Carpark. Meine Frau schmeißt sich wieder in die Kamera. Ja, das ist der Hammer. Ja, genau. Hier kannst du deinen Roller parken. Und wenn es dich wirklich packt, kannst du hier sogar rauchen. Der Hidden Lagoon. Dann lass mal reingehen. Das ist ziemlich groß hier mit vielen kleinen Häusern drauf. Alle haben Zugang zum Pool und das hier vorne ist noch eine Villa. Also gehen wir mal rein. Hier ist erst mal der Empfang. Da ist Richard, der wartet auf uns. Ja, ich bin hier im Empfang und habe mit dem Eigentümer gesprochen. Oder er sagt, mach doch einfach mal ein Sticker hier rein von dir. Zack. Sie booket. Erinnert ihn dran, dass ihr ein Special Deal mit ihm habt. Wartet ab, da kommt noch was Gutes für euch. Aber jetzt zeige ich euch das Ressort. Das ist richtig toll. Kontaktieren könnt ihr sie übrigens auch über WhatsApp. Es gibt nämlich hier so etwas. Guck mal, ich weiß nicht, das ist mega schön. Aber ihr wisst ja, ihr kennt mich. Ich bin immer schnell zu überzeugen. Ich finde das richtig toll. Komm, wir gucken uns mal den Pool an und die Häuser. So, dann lass uns mal die Tue beginnen. Come on. Let's go. Show me. So, wie ihr seht, da hinten gibt es das Welcome-Schild. Und jetzt gehen wir mal rum hier und gucken uns dieses super Ressort an. So, I will follow you. Tell me, wie viele Häuser habt ihr? Wir haben sechs Bungalowen und ein Apartment und eine Villa. Wir haben eine Villa in der Front mit einem privaten Pool und private. So, sechs Houses und eine Villa. Und ein Apartment. Und ein Apartment. Guck mal hier, jeder hat so seinen privaten Zugang zum Pool. So, jeder hat so seinen privaten Zugang zum Pool. So, jeder hat so seinen privaten Zugang zum Pool. So, jeder hat so seinen privaten Zugang zum Schwiming Pool. Ja. Das ist Lemongrass. Und jede Runde hat ein paar Schrauben. Und sie haben eine Pläne wie diese neben der Runde. Sie können das und machen ihre eigene Tee. Ein Lemongrass-Tee. Hast du das schon mal gehört? Du kannst hier deinen eigenen Lemongrass-Tee machen. Da unten ist Lemongrass, also Zitronengrass. Es gibt überall eine Schere in den Häusern. Und du schneidest einfach dein Lemongrass und machst dir morgens deinen eigenen Tee. Ich glaube, hier ist sogar Kaffee und Tee jeden Tag inklusive. Aber den Tee musst du wohl selber machen. Ah, guck dir das an. Garten für die Gäste hier. Was ist das? Papaya. Das ist Papaya. Und diese großen Blätter, das sind Bananenbäume. Das kenne ich schon. Diese Bananas. So, die kannst du dir selber pflücken oder dir welche abholen. Oh, guckt euch das an hier. Dann lass uns doch mal gemeinsam in so ein Bungalow reingehen und schauen, wie er ausgestattet ist. Was erwartet uns denn da drin? Wow. Das ist ja cool hier. Super. Das ist an hier. Kaffee-Maschine. Kaffee-Maschine ist da. Hier kannst du dein Tee machen. Hier. Für das Lemongrass. Fürs Lemongrass. Weins, Bottle of Burger. Plus wir haben einen Himmel-Kurs set. Für das Essen. Alles da. Cool. Bamboo-Design. Man sieht, die Frau hat eine blaue, und die Frau hat eine blaue. Nein. Hier wird gegendert. Der Kaffee raus. Okay. And then? Ah, that's it. That's how it works. Hier, dann kannst du dann dein Bier unterbringen. Oh, Wasser ist auch schon gleich da. Mit Save. Ja, dann schauen wir uns noch mal die Schauer an hier, die Dusche. Guck mal hier, super. Also, richtig schön. Komm, jetzt gucken wir uns noch mal drauf sein. You have something more to show me? The Shampoo, yeah. Ich hab vergessen, die haben so spezielle Shampoos. Warte mal. Ja, guck mal hier, mit dem eigenen Namen drauf. Es gibt hier sogar leuchtende Elefanten. Guck mal da oben, da sind Elefanten. Wow, das ist das Romantic Light. Ja, was du natürlich jetzt bei Tageslicht nicht so gut siehst, aber abends ist das natürlich mega. Und das ist dann hier der Ausblick von dir, für dich. Ja, guck mal, alles individuelle Lampen etc. Ach, was ich nicht gezeigt hab, ist hier dieser tolle Schrank. Guck mal hier, das haben die sich extra geholt. Aus dem Norden Thailands. Das ist ja natürlich super schön, ne? Ich bin ja mal gespannt auf die Preise. Wir wollen nachher nochmal über die Preise reden. Und ich hab schon gehört, ihr bekommt einen kleinen Discount, wenn ihr bucht mit einem Kotwort. So, man hat mir gerade gesagt, ich soll mal auf den Boden achten. Hier kannst du überall zu Fuß laufen. Und selbst bei Regen ist das nicht rutschig hier. Das ist natürlich clever gemacht. Guck mal, hier gibt's auch schon wieder Bananengras. Quatsch. Zitronengras. Ah, was ist das? Was ist das? Das ist die Pflanze des Bananenbaumes. Ja, cool, ne? Wow, ist das ein Traum hier. Komm, jetzt gehen wir nochmal zum Pool. Es ist so schön hier. Jetzt stecke ich hier schön die Bananen fest irgendwie. Ach du Shanti, die knutschen hier gerade. Ich glaube, ich kann die nicht filmen. Die bringen mich um, wenn ich das filme. So, ich gehe mal ein bisschen zur Seite hier. Guckt euch das an. Ist das ein Traum? Wow, also Hidden Lagoon Rawai. Mega. Und Kotwort ist natürlich Si Phuket. Und wie ihr das bucht, das mache ich unten in der Beschreibung. Dann schreibe ich euch rein, wie ihr da hinkommt. Und wie ihr es am besten macht. Und wie ihr dann auch ein bisschen Discount bekommt. Das ist natürlich auch cool hier, ne? Mit einer Dusche noch dabei. Probier es mal aus, ob es funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Ah, es kommt. Es kommt. Siehst du die Schildkröte? Alles mit Design hier. So, und dann gehen wir doch mal rein und fragen mal, wie es mit dem Preis ist. Das sind Scheine eigentlich. Mal gucken, wie wir einen Preis rausfinden. Wie kannst du den Preis bekommen? Geht nur auf Booking.com oder Airbnb. Ah, okay. So, also die sind bei Booking.com und Airbnb. Und unten in der Beschreibung schreibe ich dir, wie du 5% Rabatt bekommen kannst. Das ist doch cool, oder? Dieses Ressort ist erst im Oktober eröffnet worden. Also gerade mal 15 Tage ungefähr alt. Das sagt gar nichts. Wow. Und die kriegen schon ganz gut Buchungen. Aber noch habt ihr die Chance, viel zu buchen. Also tut euch einen Gefallen. Guckt mal rein bei Booking.com und macht einen Screenshot von dem Preis. Und wenn ihr dann unten in der Beschreibung mal nachschaut, seht ihr, wie ihr 5% Discount bekommt. So, das war es erstmal aus Rawai, Phuket. Wir sagen Bye Bye. Bye Bye. So, Dai und Matthias sagen Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr bucht, schaut mal unten in die Beschreibung, wie ihr die 5% bekommt. Und guckt, reines Häuschen, da ist der Sticker, See Phuket. Wenn es ein Problem gibt, sag ihm, du kommst von See Phuket. Ciao, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal von Phuket. Boah, ist das ein schönes Resort hier. Ist das Hammer. Ey. Und die Leute, die hier gebucht haben, nette Leute, die haben sogar nicht mal ein Problem damit, dass sie gefilmt werden. Ist das nicht schön? Ein Spanier und ein Australier. Nein, eine Spanierin.